Jetzt sind wir an dem Fußballplatz. Hier ist das Hotel Zellin, das ist hier oben. Und hier sind dann der große Fußballplatz. Das wird auch schön gesprengt. Matthias, wolltest du jetzt eine Runde Fußball spielen gehen? Unbedingt. Unbedingt. Unbedingt wolltest du Fußball spielen gehen? Das ist englischer Rasen. Wird auch schön gesprengt. Wird auch schön gesprengt.